moin freunde herzlich willkommen mal wieder zum neuen video ja ihr seht hinter mir gemeinde zentrum elmhorst dichtenhagen bin ich mal wieder da ok schon kennt ihr von vielen veranstaltungen schon von mir ja heute steht eine einschulung an wenn man nicht gegenslicht film ja wir haben eine menge zeug mit hinter mir seht ihr auto rand beladen anhänger rand beladen wir gucken mal schnell rein also da ist wirklich null platz diesmal mehr auto genauso ich habe viele neue sachen mit was ihr noch nicht kennt könnt ihr euch mal auch ein schönes neues video freuen was wir alles aufbauen jetzt werden wir das ganze mal ausladen bisschen aufbauen da nehme ich euch mit nachher auch beim ersten soundcheck in sachen ton gibt es auch viele viele neuigkeiten bis gleich freunde klein zeitraffer gemacht vom einladen ja bei den kurbel stative stehen schon links und rechts da kommt traverse rauf dann haben wir heute neu mit die led wand die kommt daran dann kommen vier beam moving heads ja so 18 ps 215 stromverteilung mengen kabel ja ich stelle euch jetzt mal in Mitte von tanzler hier machen wir neue zeitraffer queen m Bis zum nächsten Mal. So Freunde, nach halbem Ewigkeit aufgebaut. Die Gäste sind auch schon im Hintergrund. Ich zeige euch mal, was wir heute gebaut haben. Ganz typisch 2.18 PS210, weil die 2.50 nicht hingehauen haben. Hinten 3 Meter Traverse auf 2 Kurbelstativen, COW-Blinder und 4 Beam 230. Das war es erst mal. Die LED-Wand konnten wir leider nicht hängen. Die Gäste kommen gerade alle, ein bisschen blöd gerade, aber egal. Die LED-Wand habe ich gehangen, hat irgendwie alles nicht funktioniert. Jetzt zeige ich euch mal Strom. Hier haben wir Stromversorgung. Und darunter haben wir ganz neu, haben auch nur wenige bei Insta bis jetzt gesehen. CVR DSP 1004 mit dazugehöriger Software. Auf dem Rechner habe ich auch gleichzeitig das Lightlaufen vor heute Abend. Easy peasy. So, nachher zeige ich euch noch ein paar Clips, wie die die dann hier wieder ein bisschen feiern und so. Ja, falls ihr Fragen zum Setup habt, achso, nee, DJ Setup habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das ist Traktor Control S2 mit MacBook Pro 2017. Das Ganze wird übernommen von der Soundcraft Fury. Hier ist noch ein Mikrofon drin. Ja, und als geilen Effekt haben wir noch einen Lightmax Canon Shot FX2. Ja, da werde ich heute Abend oder irgendwann einfach mal draufdrücken und zwei so eine Dinge abfackeln. Acht um die an, sie passieren? Ja, Millionen. Mach dir? Ja, noch, L anch. Schatz! Was ist das? Was ist das? Bis zum nächsten Mal. So Freunde, morgens, das haben wir jetzt, 10 Uhr 36, irgendwie was, keine Ahnung. Ja, Raum sieht auch immer gut aus, Confetti Shoot war erfolgreich. Wir machen sozusagen einen Abbau und dann geht das heute ab nach Hause wieder. Ich stelle euch nochmal hin, mit einer kleinen Zeitraffel, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Ja, sonst hat alles gut durchgehalten, Amp hat wunderbar performt, haben wir nachher zum Schluss mal richtig geil. Gass gegeben, habe den Clip davor gesehen. Ja, sonst ist noch alles da, auch alles heil geblieben. Die Woche werde ich mich jetzt nochmal an die LED-Wand setzen, gucken was damit war, weil das war ein bisschen ärgerlich, dass die nicht ging. Und einsorgen können haben wir noch, ein PRS215 Topteil. Da geht der Mitteltöner nicht mehr, habe ich gestern schon versucht zu tauschen. Ging trotzdem nicht, scheint wohl die Weiche zu sein. Ja, muss mich auch nochmal heransetzen. Aber wir hatten ja die zwei Zehner mit, die haben auch gut gereicht in dem Raum hier. Ja, wie gesagt, ich stelle euch jetzt nochmal auf, könnt ihr nochmal zugucken und dann hören wir uns später nochmal. Ja, wie gesagt, ich stelle euch jetzt mal. So, zwei Tage später nach der Veranstaltung. Ja, Montagfrüh, was haben wir es jetzt, 10 nach 7. Ja, ich sitze auf Arbeit, drehe, auf Arbeit, schneide das Outro. Ja, nochmal schnelles Resümee zur Party. Die neue N-Stufe, die CVR DSP 1004, hat sehr gut funktioniert in dem Raum. Ja, ein paar Kleinigkeiten, wie ihr in dem Clip davor gesehen habt, gab es natürlich auch zu bemängeln. Dass mit dem Top-Teil, dass es nicht funktioniert hat, letztes Mal ging es noch, diesmal nicht, warum auch immer. Ja, dass die LED-Wand nicht funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Das zweite Panel hat andauernd gesponnen, das gucke ich mir jetzt, wie gesagt, auch die ganze Zeit nochmal an. Ja, denn der Confetti-Shoot war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Das zeige ich euch auch noch, oder habt ihr ja auch schon gesehen. Ja, ansonsten gibt es da gar nicht viel zu sagen, es hat alles eigentlich relativ gut funktioniert. Ein paar Kleinigkeiten gibt es immer, der Aufbau war eigentlich auch ursprünglich anders geplant. Aber ja, gut, man muss halt manchmal improvisieren und naja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Aufbau haltet. Beziehungsweise, was ihr anders gemacht hättet, ohne groß zu kritisieren. Ich weiß, dass nicht alles perfekt war. Die Beams waren zu tief, die sind aber im 45-Grad-Winkel meistens oben an der Decke abgefahren. Ja, dass sie nicht geleuchtet wurden, oder dass die Leute nicht geleuchtet wurden. Und als wir nachher alleine waren in dem Clip, wo quasi jetzt mal Vollgas gegeben wurde, also halbwegs Vollgas, da waren wir alleine. Da habe ich dann alleine auf der Tanzfläche gestanden, das war schon nach Feierabend, als ich die Clips gedreht hatte, weil ich auch für Party gar nichts gefilmt habe und die Privatsphäre der Leute ein bisschen zu schützen. Ja, da habe ich die dann halt im 90-Grad-Winkel mal leuchten lassen, weil dann halt auch ein bisschen Rauch in dem Raum war. Rauchen ist halt von draußen reingezogen, weil wie immer konnten wir in der Location keinen Nebel zünden. Deswegen kam das Licht natürlich gar nicht so zur Geltung, beziehungsweise die Be-Moving-Heads. Aber gut, ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Aufbau haltet, was ihr anders gemacht hättet, beziehungsweise was ich besser machen kann. Und ja, damit würde ich mich erstmal verabschieden und sagen, bis zum nächsten Video, haut rein, peace!